Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living2go und heute geht es um mein Gewicht. Also nicht um meins, sondern um das von dem Fiat Ducato, meines Chanson 594S. Ja, ich bin echt mal gespannt. Ich fahre jetzt schon über ein Jahr mit dem Wohnmobil rum und habe überhaupt keine Ahnung. Wie schwer der eigentlich ist, wie viel ich da zugeladen habe. Also wie viel ich persönlich zugeladen habe im letzten Jahr, das weiß ich sehr genau, leider. Aber wie viel mein Auto wiegt, weiß ich nicht. Und das gucke ich jetzt mal. Ich würde gerne mal mein Auto auf die Waage stellen, geht das? Ich fahre jetzt wo. Ich fahre jetzt nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ja 3120 kilo also mit mir und lesen das ist okay also gerechterweise muss man sagen noch circa 100 kilo drauf rechnen ich gucke gerade ist noch nicht ganz vollgetankt ich brauche ca 70 liter wasser noch also sprich 70 kilo also rechner mal roundabout 100 kilo drauf dann sind wir bei 3220 kilo ich habe ja ich habe jede menge dosenfutter gelagert geladen habe ich immer sozusagen als notreserve wobei das natürlich eigentlich quatsch ist in ganz europa kann man überall genügend zu essen bekommen aber das war mir jetzt halt wirklich wichtig weil ich überlege halt mir entweder ein elektrorad zu kaufen oder einen roller also so ein motorroller der motorroller wird mit träger circa 200 kilo wiegen das würde also noch gut passen hätte ich noch 100 kilo platz elektrofahrer ist natürlich deutlich leichter auch der gepräckträger wird deutlich leichter ja wie gesagt ich bin dann noch am streiten mit mir ja den elektroroller er hat natürlich einen deutlich größeren aktionsradius ein fahrrad würde mir persönlich leicht besser tun ich hatte da im kalbe stellplatz nachbarn der hatte mich hat mich so ein bisschen angefixt muss ich sagen mit so einem elektrorad ja schauen wir mal also das habe ich noch nicht entschieden ja aber vielleicht für euch auch mal interessant und so ein auto und fahrzeug wiegt halt also ich habe ja ich habe ja alles geladen stühle tisch die solaranlage oben drauf die batterie also die ganzen anbauten erkennt er ja ich habe eine neue matratze drin die ist ein bisschen schwerer ja also da muss man sich bei so einem fahrzeug keine sorgen machen aber ist natürlich kann natürlich trotzdem grenzwertig sein wenn man zu zweit zum beispiel unterwegs ist man 6 6 meter fahrzeug oder 6 meter 40 fahrzeug ähm dann ist das wittert mit so einem roller hinten drauf bisschen schwer also da muss man dann schon drauf achten hat man aber diesen wunsch nicht dann braucht man fast nicht wiegen ja meine meine zu lang ladung könnte ich noch mal deutlich verbessern indem ich selber 20 oder 30 kilo abnehme könnte ich könnte ich wahrscheinlich zwei roller mitnehmen ja in dem sinne ich wünsche euch alles liebe alles gute bis dann tschüss bis jetzt bis jetzt bis jetzt